Servus Leute, so sind wir wieder bei der nächsten Folge Orcs Must Die 2, mit dem Spalt hier hinten, da unten, da unten, da unten und ja, jetzt setzen wir unsere Fallen. So, ich hab jetzt die O-Saten noch mehr gesichert. Gut, Start und los! Warum hast du die da blitzen? Ich kenn die da auch drauf. Ich glaub eher nicht, oder? Haha. Wurscht, drücken wir es ja noch rein. Boom! Headshot! Boom! Headshot! Boom! Klick, 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 klick! Auf ein neues. Und ein paar Level haben wir vorhin, oder ja, vorhin haben wir noch Level Nummer gespielt, dass wir ein paar Schädel mehr kriegen, weil wir ziemlich scheiße waren mit zwei Schädeln. Aber, das wird schon. Das wird, das wird. Das wird, hauptsächlich gewinnen. Hauptsächlich, ich drücke einer Headis rein. Oh, Headshot! Zweiter Headshot! Dritter Headshot! Dritter Headshot! Dritter Headshot! Dritter Headshot! Dritter Headshot! Dritter Headshot! Aber jetzt hat sie irgendwie nur noch so fette Berserker. Jetzt wird die Bezis auseinander gesprengt. Boom! Tschüss! Nix kannst du! Nix kannst du! Nix kannst du! Ist gut, wenn er zu uns geht, tut er nix! Und jetzt? Boom! Bergstanz! So! Haben wir's! Jetzt ist er mal... Falle platzieren! Gallenfledermäuse! Die flirgen! Gallenfledermäuse! Gallenfledermäuse! Die flirgen! Racki raus! Was ist denn da der rechte Angriff, wie du weißt das? Keine Raketenwerfer, so links-rechts Kombi! Hey Batsi! Red mit mir! Was? Red halt mit mir! Wenn ich dir was frag! Ja, du sagst, gibst mir keine Antwort! Weil ich bin so konzentriert! Du sollst dich konzentriert sein, du sollst antworten! Dir ist einfach ab, töte sie! Ja mit was? Was ist links? Was ist rechts? Was soll links und rechts sein? Ja, angriffmäßig, du Bauer! Hörst du schlecht! Krutze! Fix! Der normale Schuss ist der normale zielsuchende Rakete und das andere ist irgendwie so... Keine Ahnung, was das sein soll! So Brüttel-Dings! Achso! Hab ich noch nie so hergenommen! Ich nimmer immer den normalen... Ach, der betäubt! Der betäubt! Der betäubt! Da sehens kurz Sterne! Man in Blacklight! Hubi, du sollst nicht aufnehmen, wenn du nichts mitkriegst mehr! Du sollst lieber nachkommentieren! Sohens, erst einmal... Brützl-Ding! Brützl, Brützl! Gut, nächste Welle! Ein bissel! Aber bis ich dort Waffen wieder gewechselt habe, ist das... Ist eigentlich schon wieder hinfällig! So, nochmal überfallen hier! Booyah! Hört der mir da einfach nicht zu, wenn ich mit ihm rede! Stink ich so aus dem Mai oder was ist los mit dir? Jetzt hat sich die Falle echt aktiviert wieder... Aus dem Bauer! Ich triff gerade gar nichts! Du bist ein Pumpkin! Ich bin ein Pumpkin! Genau, ich bin ein Pumpkin! Voll, voll epic! Hab viel Geld dafür gezahlt und so! DLCs vor der Win! Hab ich nicht! Nein, hab ich echt nicht! Ich weiß gar nicht, was ich dafür gemacht habe! Flieger, die sind da! Flieger, die sind da! Erst einmal mit dem Rack hinein! Brützl! Das gefällt dir wieder, gell? Ja, das britzelt! Bin da halt ein Zündler! Zündl! Wieder mal Bombenstimmung! Geh weg, du Bautze! Sonst britzli da waren! Boah! Jo! Aber das sind kleine! Das sind kleine! Boah! Ich hab's! Gut einmal! Gut einmal! Das entschädigt dir für deine Abwesenheit vor allem! Ja! Manchmal bin ich auch zu was gut! Naja! Manchmal! Sag's dir schön! Ja, ich hab ich manchmal gesagt! Wäre jetzt... Jetzt einmal einspüren volle! Und da... Nein! Doch! Da nochmal eine! Sehr, Bautze! Ich drück's euch rein! Jetzt mal alle springen! Bonus-Schädel gefunden! Yeah! Flieger! Flieger! Flieger, Bautze! Ja! 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 Das war gut gegen Bodentruppen der Luftracke! Die machen unsere Viecher hier! Das geht halt hier auf Punk ab! Pritzel! Du drückst ihn rein! So! Orksmastai! Ja! Orksmastai! Ja! Orksmastai! Orksmastai! Ja! Orksmastai! Erst einmal die Bautzes dahum weghauen! Sie sind in der Westhalle! Seid es das? Ich glaube nicht Oh, ist toll, dass wir die wissen, wo es zum Safi geht Ich habe noch Geld, ich habe noch Geld, ich habe noch Geld Das Flieger kann man gar nicht Boring Flieger Flieger, die käme an Ob und zu mir einen aufschießen Das wissen, dass wir da sind Einfach mal hören lassen Weiter, weiter, weiter Letzter, Heilung Bogenschütze ist gefallen Ah, die fliegerten Schüsse nochmal drauf Die müssen jetzt weg Ah, abschossen Sollen wir hier noch mehr Falle platzieren? Was ist denn hier verloren? Ein Zwerg Ah, ein Zwerg Sagst du das so, ein bärtiges Weiberl Ja, ich habe oben rechts vorbeig geschossen Waren beide Waren beide nicht so pornös Schnell wieder vor Sprint Sprint Schrappe Sprint Da erst einmal Zwischenkeilen mit ein paar Sprengstufen Sprengstufle Läufle Oh Äh So Jetzt gebe ich es euch Bam Bam Ohrfalle Zweitefalle Siehst du ja Siehst du da würde ich sein Wenn ich die zwei Fallen aktiviere Die Giftfalle für dich und mein Spinnennetz Ah, da sind wie so flöckerte Aschis Ich bin ich Wer möchtest du sterben? Scheiß Ork Oh oh, Alter Jetzt geht der Park ab Oben, oben, oben Hop on Ja Die Flieger, Spastis Hobby Du musst auf meiner Seite Oh das wird schneller Versteckt eure Frauen Brandschatzen und so. Wie in Minecraft. Brandschatzen. Brandschatzen und Bacon. Das Beste in Minecraft. Mach's halt jetzt kaputt da vorne. Jetzt mal viel reinlösen. Einer. Jetzt noch mal einen aufsammeln. So. Gehen wir auf G drucken. Die kommen auf jeden Fall ganz schön gefällig jetzt. Ich hab noch mehr Geld. Die kommen schon ganz schön viel. Passt nicht so viel. Gehen wir erstmal in die falsche Richtung. Fallen, Alter. Fallen. Fallen. Druckst du in ein Ei. Ja, die erste Angesfläche haben wir doch gerade zerfickt. Zerfickt haben wir die. Die werden sie auf der anderen Seite sauber. Na ja, die sind eh alle verliebt. Die wollen an den Spalt. Von dem werden die ganze Zeit geredet. Mau. 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 Spalten. Ja, mau. Mau, mau. Einfach perversisch spiel. Da gehts nur um den Spalt. Ab und zu. Alter, da kommt ein Bomber F**k you, pass auf Da kommen so Bomber-Bazis Na ja, am meisten habe ich gekriegt Was machst du schon? Ich bin der Pumkin, der Beste Da fliegen welche Boom 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 Die Störviecher, die freist immer so schön Das finde ich super So, das Flieger habe ich Nächste Welle Alter, 1500, warte mal Du kannst ihm halt herfallen setzen Einfach so aus Prinzip So, mit erster Reihe wieder weg Sprengt Ich spam meine Mama Spam meine Mama einfach zu viel Mal kurz machen Herzli Zauber Spaltzauber Oh yeah You know what I mean Ja, Frauen regieren die Welt Mit ihrem Spalt Wow So An der Seite ist klar Gwesen Habe ich zu laut gesagt, jetzt kommen sie schon wieder Die Schätze kommen wieder nach oben Ja genau Die Schätze kommen wieder nach oben Ah, die schießen schon Ich... Schöße mir ein bissl Nein Orcs must die Orcs must die Da Oh, die Fallen Dinger sind selber Die ficken das ganz schön Ach, oben, warte mal, warte mal, warte mal. Ein Hodenschütze ist gefallen. Ein Hodenschütze. Hodenschütze. Ich will ein Snapperlied, da wird auch ein Video gesehen. Hitler hat nur einen Hoden. Ui, 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 ui. Ich seh da was. Bonus-Schädel. Fast. Bonus ist immer gut. Pum, pum. Hodenschütze. Die Schleimeln mir auch, die Wichser. Ach, der pflückt mir noch. Nicht. Ja, super, die habe ich auch. Habe ich nicht, die gehören so. Nein, die gehören nicht so. Hm, egal. Druck sind eigentlich, zuglück sind die engen Gänge da so eng. Zum Glück rennen sie oben nicht rum. Nein. Hey, nein. Verschreiß nicht, umschluss lernen sie es noch. Ich habe sie selber vergiftet irgendwie. Da kommen wieder so Flugviecher, Drecksviecher. Ziemlich voll. Mal. Täuben die Postorte. So. Alter, was tolles. Erst einmal wegspringen. Alter, stimmt, aber das letzte Welle hat es doch noch nicht gekostet, oder? Keine Ahnung, sie sind oben. Fuck, da sind irgendwie so Flugviecher. Bei dir voll voll. Ja, ich bin ein bisschen weg. Hubi, hubi, hubi. Ja, ich bin unterwegs. Wir haben so eine haurige Frau verloren. Rot. Jetzt kriegst du ja die Fallen so hart irgendwie. Diese Bärchen ganz schön nicht, die kommen gar nicht rüber. Ab und zu packen sie aber irgendwie die Fallen fest. Ja, so ein Grölviech. Noch so ein Grölviech. Noch so ein Grölviech. Noch so ein Grölviech. Drölfzehn. Noch kein Blödsinn machen. Aus. Sick. Jawoll. Bitches. Das war's schon. Bitches. Oh, oh, oh. Warte, schauen wir mal in Statistik. Euter fünf Sekunden ist langsam. Nicht wirklich. Doch, siebzehn paar und wir haben siebzehn null fünf. Ja, schade, das sind so Sachen. Das ist jetzt schon das zweite Mal oder so passiert, dass wir fünf Sekunden oder zwei Sekunden zu langsam sind. Aber gut, hilft dir nix. Dann, Tereson, bis zur nächsten Folge. Servus. Mau, mau. Tschüss, du Katze. Mau, mau. Spalt. Und.